Ist Aspartam krebserregend? Die WHO will die Sicherheitseinstufung dieses beliebten Zuckerersatzstoffes verschärfen. Es ist aber nicht das erste Mal, dass diese Chemikalien in Frage gestellt wird. Ich zeige dir die wichtigsten Gesundheitsbedenken anhand von wissenschaftlichen Studien. Am Ende gibt es noch einen Bonus für alle, die bereit sind, etwas tiefer in das Thema zu bohren. Also bleibt dran. Wenn es um Zulassung und Lebensmittelsicherheit geht, führt kein Weg in Europa an der EFSA vorbei. Laut dieser Behörde ist Aspartam oder E951 sicher. Dieser Stoff wird in Europa seit über 30 Jahren als Zusatzstoff und Zuckerersatzmittel verwendet. Er ist über 200 mal süßer als Zucker und findet sich oft in Diätprodukten. Dieser Zusatzstoff wird aber vor allem in Diätlimonaden verwendet, was für einen intensiven, aber auch etwas metallischen Geschmack sorgt. Seit Jahrzehnten streiten Wissenschaftler über die Sicherheit von Aspartam. Bereits vor der ersten Zulassung 1980 gab es Bedenken zur Sicherheit und insbesondere dem Krebsrisiko. Seit einem Sicherheitsgutachten von 2013 legt die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde den Höchstwert zur täglichen Einnahme auf 40 mg pro kg Körpergewicht fest. Kritiker sehen darin eine willkürliche Festlegung. Die langfristigen Risiken und Folgen seien mit dieser Empfehlung noch gar nicht abgebildet. Ich habe dir hier die Hauptkritikpunkte zu Aspartam aufgelistet aus wissenschaftlicher Perspektive. Am Ende gibt es noch eine Bonus-Info, mit der du Aspartam aus einem ganz neuen Blickwinkel sehen wirst. Bleib dran! Mehrere Studien haben einen Zusammenhang zwischen Aspartam-Konsum, Migräne, Kopfschmerzen oder Brain Fog, dem vernebelten Geist, festgestellt. Dieser Zusammenhang, der in Studien herausgefunden wurde, ist nicht endgültig, kann von Person zu Person variieren, deckt sich aber mit vielen Erfahrungsberichten. Wenn du das auch schon erlebt hast, dann schreib es in die Kommentare. Einige Forschungsarbeiten deuten auf den Zusammenhang zwischen Aspartam-Konsum und Stoffwechselstörungen bzw. Übergewicht hin. So scheint es insbesondere bei langfristigem Konsum ein erhöhtes Risiko für Fettleibigkeit und Diabetes zu geben. Das ist natürlich insbesondere ironisch, weil Aspartam insbesondere als Diätprodukt eingesetzt wird. Natürlich hat Übergewicht und Diabetes viel mit dem Lebensstil zu tun, also Bewegung und weitere Ernährung. Weitere Studien werden in der Zukunft zeigen, ob sich dieser Zusammenhang bestätigt. Es gibt eine ganze Reihe neurologischer Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen von Aspartam auf Schwindel, Depressionen, Konzentrationsschwierigkeiten, Selbstgedächtnisverlust und Verhaltensveränderungen. Es konnte kein kausaler Zusammenhang bewiesen werden, aber trotzdem lohnt es sich skeptisch zu sein und weiter zu forschen. In Studien wurden die Auswirkungen von Aspartam auf die Darmgesundheit untersucht. Es gibt Hinweise auf die Veränderung des Mikrobioms, also die Zusammensetzung der Bakterien im Darm. Diese Zusammensetzung ist wiederum wichtig für das Immunsystem und die Verdauung. Die genauen Mechanismen der Einwirkung von Aspartam auf die Verdauung sind noch nicht erforscht. Ältere Studien, insbesondere bei Labormäusen, haben gezeigt, dass es ein Risiko in Sachen Krebs geben kann. Laut Europäischer Behörde für Lebensmittelsicherheit ist das Risiko für Krebs bei normalem Konsum aber nicht erhöht. Einige Wissenschaftler kritisieren diese Sicherheitseinstufung und bemängeln, dass manche Studien vom Design her fraglich sind. Laut Kritikern würde bei manchen Studien die Wahl der Placebos dafür sorgen, dass bestimmte Untersuchungsergebnisse wahrscheinlicher werden. Abschließend ist wichtig zu erkennen, dass die Lebensmittelbehörde und die wissenschaftliche Gemeinschaft Aspartam nicht als komplett unschädlich einstufen. Es geht lediglich um die Frage, wie viel dieses Stoffes schädlich ist. Zudem ist noch nicht viel bekannt zu den Wechselwirkungen von Aspartam mit anderen Substanzen und den Langzeiteffekten. Empfehlungen können sich je nach wissenschaftlichem Erkenntnisstand ändern. Um das deutlich zu machen, blende ich dir mal ein paar Werbungen ein, die ein paar Jahrzehnte alt sind. So konnte man vor einigen Jahrzehnten bedenkenlos Werbung machen für rauchende Mütter, radioaktive Produkte oder Heroin. Insofern möchte ich dir empfehlen, skeptisch zu bleiben und deine eigenen Entscheidungen zu treffen. Für deine Gesundheit. Meiner Meinung nach geht es nicht nur um die Frage, ob Aspartam schädlich ist oder nicht. Es geht auch um die Frage, ob ich es überhaupt brauche. Meiner Meinung nach ist es schlichtweg nicht notwendig, Aspartam zu konsumieren. Natürlich ist Aspartam auf den ersten Blick interessant für Leute, die weniger Zucker zu sich nehmen wollen. Aber es gibt eine ganze Reihe von natürlichen, tollen Alternativen, wie zum Beispiel Birkenzucker, Zylit. Ich habe dazu ein eigenes Video gemacht, also danke für dein Abo. Wie versprochen, hier noch die Infos für diejenigen, die etwas tiefer bohren wollen. In diesem wissenschaftlichen Review dieser Übersichtsstudie von 2021 findest du eine Einschätzung zu den Risiken von Aspartam. Dort wird anhand von Dutzenden Studien herausgearbeitet, dass Aspartam den Cortisol-Ausstoß erhöht, mentalen Stress erzeugt, das Mikrobiom, also die Zusammensetzung der Bakterien im Darm verändert, Verhaltensveränderungen beobachtet wurden und das Risiko für Übergewicht bei Kindern steigt, wenn Schwangere Aspartam zu sich nehmen. Super wichtig aus meiner Sicht, nicht nur Aspartam ist das Problem, sondern die Abbauprodukte von Aspartam, die der Körper verstoffwechselt. Einer der stärksten und schwerwiegendsten Vorwürfe bei Aspartam ist nämlich, dass es zu Formaldehyd abgebaut wird. Und insbesondere Formaldehyd hat krebserregendes Potential. So wird laut dieser Beispielrechnung 1 Liter Diät-Limonade dafür sorgen, dass man rund 600 Milligramm Aspartam aufnimmt und damit rund 60 Milligramm Formaldehyd im Körper entsteht. Das wiederum würde die tägliche Höchstmenge, die als unschädlich bei Formaldehyd gilt, um ein Vielfaches Sprengen. Wenn dich das Thema interessiert, schau unten in die Videobeschreibung, dort ist alles verlinkt. Also in einem Satz, trink lieber Wasser als Aspartam-Brause. Like das Video, wenn dir das Thema gefallen hat. Welches Thema soll ich als nächstes behandeln? Schreib's in die Kommentare. Danke für deine Aufmerksamkeit und bis bald! 5 5 Untertitelung des ZDF, 2020